Herzlich Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Shadow of the Tomb Raider. Ja, ich musste kurz wieder überlegen. Ich bin auch total geschockt von diesen Viecher, die hier rumlaufen. Komischer Arschgeigen hier. Haben mich bestimmt schon sechsmal erschrocken. Oh, hier geht doch wieder ab. Sieben, von der Säuen, in der Säuen. Oh mein Gott, das ist es einfach. Leerah cool 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 Ich will nicht, dass ich ein kleiner Penner schreitze. Jetzt seh ich aber keinen mehr. So ist wieder so ein Ding. Ah, da unten, scheiße. So ist wieder so ein Ding. 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 So ist das Ding? Ein Ding. So ist es dein Ding. Schön, schön, diggelt. Wir nehmen besser wirklich einen anderen Rückblick. Die silberne Schatulle von Ixtchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reihe. Wie die Tattoos auf Honoratus' Armen. Aber wo ist die Schatulle? Scheiße. Oh, Baby. Fuck. Oh-oh. 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 Oh-oh-oh-oh. Ah, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ok. Kann ja mal passieren. Deshalb lauf ich nie weg, kann ich nicht so gut. Geh! Fuck it! Und keiner von denen trifft. Okay. Einmal blubbern hier. ich kann nicht mehr tragen so ich bin voll Junge, 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 das war echt nur weglaufen Junge, 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 Junge Der ist ein bisschen abgestürzt Ja, schön an den Sandalen dran Das sind Sandalen mit Spikes. Oh, das ist ein Wachstum. Neue Höhen. Aber ich sag ganz ehrlich, ich würde Lara aufjaden. Ich meine, egal in welchen Tempel sie geht, kein Tempel bleibt heile. Ufff, um! Ja! 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 Ja. Hm. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ein paar Pfeile machen hier. Ja. 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 Ich muss springen. Es ist der einzige Weg. Na gut, hab ich viel in gedruckt. Ich dachte erst, ich schaff das auch so. Was ist das denn für ein riesen Käfer? Oh ne. Nee. Ich hasse Wasser. Hm. Ja. 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 Darf ich nicht atmen? Das war's. Die quetscht sich auch überall durch, die Alter. Ui, hallo. Aber ich hab so bestimmt ein paar Punkte gekriegt, oder? Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Schaden durch Feinde. Find ich gut. Oh, hier ein. Herzensbrecher. Nehmen wir. So. Ein Upgrade verschiebt da. Warte, du kannst doch Schnellreise machen, oder? Hier, so kommt wieder See her. Lara, falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reier und eine Eklipse. Bin unterwegs. Hier oder was? Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Für Stärke und Sicherheit. Lara. Ich werde sie da ausholen. Kriege ich auch so eine schöne Hose, wie die anhaben? So ein Tanga-chen? Ja, auf jeden Fall... Komik. So. So. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Entschuldigung. Die haben bestimmt bitterböse beleidigt. Dö. Dö. Achso. Gut. Okay, Freunde. Ich werde die Folge nochmal beenden. Bevor wir hier reingehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da. Passt doch frisch auf. Und bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.